Sprechen wir an der Stelle mal über das Thema Gier, Panik, Angst, nach dem Crash die Richtung finden. Warum habe ich das Thema entsprechend mit auf den Schirm genommen? Schirm, ja, warum? Es gibt Händler, mit denen ich zusammenarbeite, die ich in Ausbildung habe, die, sag ich mal, in den Situationen, wie wir sie jetzt haben, immer unsicher werden. Die sagen sich, Mensch, hätte man das nicht kommen können, hätte man das nicht kommen sehen können. Was mache ich denn jetzt? Ich will wieder long rein. Ist es vielleicht zu früh oder geht der Markt noch tiefer? Das sind so Sachen, dass wir hier uns als Händler auf die Märkte vorbereiten können und müssen, das ist ganz klar. Aber es gibt da hier oben in unserem Köpfchen so ein paar Dinge, die, sag ich mal, wenn man noch nicht die Ruhe weg hat, um das mal so auszudrücken, die bewegen uns. Und die bringen uns einfach in teilweise die unmöglichsten Situationen. Heißt also an dieser Stelle, die bringen uns an Stellen dazu, einen Long Trade zu machen, wo der Markt uns danach platt fährt. Die bringen uns an Stellen dazu, am Markt short zu gehen, wo andere Händler einfach sagen, danke, dass ich günstig kaufen konnte. Also das sind immer wieder diese Situationen. Und da stellt sich jetzt die Frage, kann man denn so einen Crash vorhersehen? Kann man genau vorhersehen, wann der Markt auch rumtritt? Nein, das kann man nicht. Aber was man kann ist, man kann sich auf diese Sachen wirklich gut vorbereiten. Und wie das Ganze geht, welche psychologischen Sachen hier oben in unseren Köpfchen passieren und was wir machen können, um uns, sag ich mal, vor den negativen Folgen etwas zu bewahren. Das heißt, die Auswirkungen deutlich kleiner werden zu lassen. Das sind teilweise emotional bedingte Zyklen, die da in uns ablaufen. Und wenn wir die kontrollieren können, dann können wir uns darauf einstellen und besser mit den Märkten arbeiten. Also das sind mal so die Stellschrauben. Und glauben Sie mir, ich ärgere mich heute auch manchmal noch, wenn ich hinterher rennen muss oder wenn ich keine Chance habe, mehr den Trade zu machen. Ich renne heute nicht mehr hinterher. Aber ich ärgere mich einfach, wenn ich Einstiege verpasse oder wenn ich zu spät rausgegangen bin. Einfach, weil ich nicht hingeguckt habe. Früher hat mich die Emotionslage in was reingebracht. Heute verpasse ich es einfach, weil ich es nicht gesehen habe. Sehr, sehr oft. Aber Gier, Panik, Angst können wir in den Griff bekommen. Da reden wir jetzt drüber. Zuvor der Risikohinweis, all diese Sachen hier, haben ja mit dem Börsenhandel zu tun. Heißt also, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das also an dieser Stelle. Machen wir mal einen Blick in die Agenda. Agenda heißt, lauschen und lernen. Was können wir denn vom Markt alles ziehen? Was für Informationen können wir da haben? Als nächstes Thema, wie funktionieren wir? Also Überschrift, als wir mit der Keule durch den Wald zogen. Dann sind diese Mechanismen in uns reingekommen. Das haben wir heute noch drinnen. Also schauen wir mal die Keule und der Markt. Also welche alten Dinge, die in uns drin sind, beeinflussen uns denn heute immer noch? Das sind wichtige Dinge, die für unser Überleben sorgen. Aber halt auch manchmal sehr, sehr ungünstige Dinge, die uns im Handel negativ beeinflussen. Und dann schauen wir als letzten Punkt einfach mal, wie sie das schaffen können, die Keule aus der Hand zu legen und strategisch klug und entspannt zu traden. Das einfach mal zu dem Themenüberblick. Schauen wir in die erste Überschrift rein. Lauschen und lernen. Wir müssen einfach wissen und einfach verstehen, damit wir als Händler wirklich auch komplett werden und vollständig, was in uns vorgeht. Das heißt hier, wir können die Sachen, die uns zu Handlungen bewegen, einfach mal darunter abstimmen. Das ist einfach angeboren. Was heißt, das, was uns bewegt, sind sehr, sehr häufig unsere Ängste. Angst ist sehr, sehr gesund. Das ist ein ganz wichtiges Gut. Das soll unser Überleben sichern. Das heißt aber auch, wir müssen mit den Ängsten umgehen. Und der Markt ist ein hervorragendes Werkzeug. Wenn wir ihm mit offenen Augen begegnen, dass er uns unsere Ängste aufzeigt. Er zeigt uns genau, wo unsere Schwachstellen liegen. Und das ist eine sehr, sehr große, gute Gabe. Ich habe die wirklich, ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich persönlich das verstanden habe. Aber als ich es verstanden habe, hat sich die Welt komplett für mich geändert. Ich habe es nicht über das Trading gelernt. Mir hat ein anderes Teil in unserer Welt die Augen dafür geöffnet, dass Angst etwas ist, was keinesfalls in der Zukunft wahr werden muss. Und habe einfach gelernt, damit umzugehen. Aus einer ganz anderen Ecke. Das kam aus dem Sport. Ich mache viel Sport. Ich fahre auch Motocross und Abfahrtski und Mountainbiking und schmeiße Gewichte durch die Gegend. Und das hat mich halt dorthin gebracht. Und das sind ganz viele Dinge im Leben. Und da habe ich auch gemerkt, dass solche Sachen uns verändern. Und die Börse verändert uns Menschen auch. Weil sie lässt uns einfach in bestimmten Dingen deutlich besser werden, wenn wir mit unseren Ängsten wissen, umzugehen. Das heißt hier, wenn uns der Markt zeigt, wo unsere Ängste liegen, ist es wichtig, das zu sehen, zu hören und zu überlegen, was wir daraus machen können. Weil das Gehirn, das löst, wenn wir einfach nur agieren auf das, was uns hier oben unser Gehirn sagt, immer wieder die gleichen Verhaltensweisen aus. Und das zu wissen ist gut, weil diese gleichen Verhaltensweisen, die können wir umgehen. Das heißt hier, können wir aus den Dingen, wo wir einfach nur mit der Keule durch den Wald gelaufen sind und nicht wirklich viel Schutz hatten, da brauchten wir die ungemein. Aber heutzutage haben wir ja viele Dinge durch die moderne Technik, durch den Fortschritt und auch, dass wir viel schlauer sind, viel klüger geworden sind, viel intelligenter geworden sind, da können wir natürlich was draus machen. Das heißt, wir müssen nicht mehr mit der Keule durch den Wald ziehen, um unser Abendessen zu holen, sondern wir können in den Supermarkt gehen und dort normal einkaufen gehen. Und da müssen wir auch nicht gucken, ob es dunkel ist, sondern wir können auch im Dunkeln einkaufen gehen, was im Wald ein bisschen schwierig ist. Also all diese Sachen hat der Fortschritt gebracht. Und das hat auch Einzug sozusagen in den Handel an den Kapitalmärkten gebracht und uns deutliche Vorteile im Umgang mit den Märkten gegeben. Das heißt, schauen wir doch einfach mal, was damals, als wir quasi auf Gedeih und Verderb in der Natur gelebt haben, von der Natur gelebt haben, aber auch ein Teil der Natur und damit auch ein Teil der Nahrungskette gewesen sind. Was hat uns damals dazu gebracht, die Dinge zu lernen, die wir heute auch noch in uns haben? Das heißt, wir hatten eigentlich damals permanente Angst. Angst einfach Nummer eins. Und diese Ängste haben wir heute auch noch. Deshalb weiß der Mensch halt auch, mit was er damals mit so hoher Wahrscheinlichkeit umzugehen hatte. Nummer eins, wir hatten Angst zu verhungern. Urangst. Ohne Essen, Leben vorbei, wollen wir nicht haben. Das heißt, hier ging man damals auf die Jagd. So, man hat vorm Bau gesessen, keine Ahnung, mit der Keule und hat einfach gesagt, ich habe Hunger. Es kann sein, dass in der Keule ein Riesenatzen liegt, der unsere halbe Familie satt kriegen kann für eine Woche. Aber es ist wurscht, ich habe Hunger. Das Erste, was da rauskommt, kriegt eins mit der Keule über den Latz und fertig ist. Und damit ist erst einmal zumindest der erste Hunger sozusagen gestillt. Das heißt, das hat dazu geführt, dass wir heute auch noch diesen Reflex haben. Ich sage das immer so, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das hört man ja immer wieder. Also, Minigewinde mitnehmen, Riesenrisiken eingehen. Alles blöd. Das wollen wir nicht. Deswegen können wir darauf eingehen. Das Zweite, früher Hunger war das eine. Das andere, ja, wir hatten einfach Angst um unser Leben. Was hat dazu geführt? Wenn es im Busch geraschelt wird, hat es immer abgehauen. Warum? Jo, es hätte sein können, da ist ein Löwe, der uns fressen will. Das ist blöd. Also an dieser Stelle weg, wenn es raschelt. Einfach überhaupt nicht dahin gehen, weil es könnte viel zu gefährlich sein. Das hat sich hier oben bei uns eingebrannt. Hier auf die Börse zugezogen, heißt es einfach, oh, wenn es gefährlich wird, hm, naja, ich gehe mal komplett an die Seitenlinie. Ich mache jetzt erst mal nichts. Was hat das dann als Auswirkung? Es geht schön nach oben und wir gucken zu, wie wir nichts davon haben. Das ist ein bisschen blöd. Das kommt aber von diesem Urinstinkt. Weiterer Punkt hier, etwas anderes, das vielleicht in Richtung Gier geht. Hier, die Angst, den richtig dicken Fang zu verpassen. Das ist einfach der Oberknaller. Was ist da früher passiert, das sieht man heute auch in Tierdokumentationen auch noch, wenn so die Neugier so ein bisschen überwegt. Derjenige weiß zwar, es ist gefährlich, aber die Gier, die Neugier, die ist einfach immer da. Ja, und dann geht man zu lang, zu nah an die Gefahr ran. Zack, damals lecker bissen. Krokodil wartet im Wasser. Wenn du dran stehst, schnapp, weg ist es. Und das hat sich erledigt. Das sind sozusagen die Dinge, die heute in uns noch genauso funktionieren. Und wenn sie sich mal selbst in diese Situation setzen oder die Fragen stellen, da sehen sie auch relativ gut den Bezug zu dem, was uns bewegt. Und wir machen jetzt im nächsten Punkt einfach auch mal dann den Bezug zu der aktuellen Zeit. Das heißt hier, die Keule und der Markt. Das heißt, die alten Dinge, wie sie früher funktioniert haben, die sind heute immer noch in uns drin. Nur, dass wir halt keine Angst mehr haben, verhungern zu müssen. Dafür gehen wir arbeiten und können uns unser Essen leisten. Wir haben auch entsprechend nicht unbedingt die Angst um unser Leben, weil wir vom Tiger gefressen werden. Ja, das gibt es heute hier nicht mehr. Ängste um unser Leben haben wir zwar auch immer noch. Das zeigt uns auch, wenn wir Gefahren im Straßenverkehr oder sowas sehen, da machen wir lieber einen Bogen drum. Und da merken wir, das ist auch gut, dass wir dieses Verhalten auch noch an den Tag legen. Beim Börsenhandel ist das aber sehr, sehr hinderlich. Das heißt, auch im Börsenhandel arbeiten wir mit der Angst. Und das Ganze immer, wenn wir an den Märkten arbeiten. Das heißt, am Börsenhandel haben wir Angst. Und zwar, wenn wir ein Investment im Markt haben, dann haben wir Angst, dass es weniger wert wird. Das heißt, hier haben wir Angst vor der Korrektur. Was passiert dann, wenn die Angst zu groß wird? Wir nehmen einfach mal Gewinne mit. Der Markt zeigt uns zwar an, easy peasy, lehn dich mal entspannt zurück. Ist nur eine Korrektur. Der Trend ist weiterhin dein Freund. Aber die Angst, wenn die überhand nimmt. Wenn die Gewinne weggenommen, fertig ist, in der Korrektur raus. Tschüss Amigos. Und dann kommt man plötzlich nicht mehr in den Markt rein. Das ist blöd. Nummer zwei. Stellen Sie sich vor, wir sind gerade aus dem Investment rausgegangen. Dann sitzen wir vorm Rechner und gucken uns den Markt häufig noch ein bisschen an. Was kommt denn dann? Wir sind gerade ausgestiegen und dann in der Korrektur ausgestiegen. Und dann ist wieder dieses blöde Ding mit der Angst. Mensch, der Markt, der könnte ja jetzt loslegen. Was passiert dann an der Stelle? Wir haben quasi die Angst davor, dass der Markt genau jetzt loslegt. Und dann, hm, dann haben wir die Bredouille, dann kommen wir wieder in eine ungünstige Situation. Der nächste Punkt ist etwas anderes. Ich meine, wenn wir gerade ausgestiegen sind, haben wir ja auch kein Investment. Aber, wenn man kein Investment hat, was ist dann? Dann hat man als Händler, naja, oder als Zuschauer am Markt die Angst, sie werden es erraten, den Einstieg zu verpassen. Das ist ja genau das, was wir übrigens jetzt auch gerade wieder sehen. Nach diesem starken Schub nach unten, ja, da stehen die Leute an der Seite und sagen, geil, jetzt ist der Markt runtergelaufen, jetzt geht's rein. Dann ging's ja vor ein paar Tagen schon wieder hoch. Was war dann? Dann, hm, Mist, verpasst den Einstieg. Aber wenn er jetzt nochmal runtergeht, dann gehe ich wirklich garantiert in den Markt rein. Ich stelle Ihnen jetzt mal die Frage, gehen Sie dann wirklich rein oder schauen Sie nur zu, wie er dann wieder nach oben läuft. Weil dann wieder die Angst kommt, hm, es könnte ja ein Fake sein, es könnten Verluste kommen, alles tricky. Also, Sie sehen, das ist definitiv auch eine Angst, die hier entsprechend wirkt und Spuren im Handel hinterlässt. Und das Nächste, auf das ich hier mal noch eingehen kann oder möchte als Beispiel ist, Sie sind gerade in den Swing eingetreten. Sagen Sie sich also, okay, wir wollen jetzt einfach mal von der Stelle, wo wir jetzt sind, ein Stück des Weges mitgehen. Plötzlich läuft der Markt zurück. Und was passiert dann, wenn wir unsere Gefühle nicht unter Kontrolle haben, dann sitzen wir keinesfalls hier entspannt im Sessel hier, schön ein bisschen zurücklehnen, den Markt anschauen und sagen, ist ein bisschen Korrektur. Läuft, ich hab mein Setup im Markt, alles gut, ich geh mal einen Kaffee trinken. Nee, an dieser Stelle, derjenige, der tatsächlich die Angst hat, der sitzt im Stuhl, so, hier, die Keule, die moderne Keule ist die Maus. Den Finger auf der Maus und ich weiß genau, wovon ich rede, mir ging's doch vorher genauso. Und dann, jeder Zucker nach unten, da sagt man sich, ah, 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 klickt drauf, Position geschlossen. Und dann, die Zweifel haben dafür gesorgt, dass sie aus dem Trade rausgegangen ist, vielleicht mit einem kleinen Mini-Gewinn, vielleicht vor dem Stopp und dann dreht der Markt in unsere Richtung. Das ist dann dumm. Das läuft aber immer wieder in dieser Art und Weise ab. Das sind die Sachen, die uns bewegen, ja. Das wollte ich Ihnen jetzt einfach mal erzählen, um vielleicht die ein oder andere Anekdote loszuwerden, die Sie auch daran erinnern lässt, wie es in Ihnen vorgehen kann, wenn Sie noch nicht der runde Händler sind. Wenn Sie schon der runde Händler sind, ist das für Sie wahrscheinlich eh nur Langeweile, da brauchen Sie gar nicht so deutlich hinzuhören. Aber für all diejenigen, die sich hier angesprochen fühlen, denken Sie wirklich mal darüber nach, das sind die Sachen, die uns der Markt schenkt. Und wenn wir damit umgehen können, können wir uns deutlich, deutlich voranbringen. Das heißt hier an dieser Stelle, die Keule, die ich hier bespreche, unser Mäuschen, modern, steht jetzt mal für zwei Vertreter, für zwei Typen. Ich habe jetzt mal hier zwei Typen genommen, wo ich schon häufig Kontakt mit hatte, auch im Ausbildungsbereich. Wir haben den Nervösen und den Ausblender. So, der Nervöse. Der Nervöse, das ist der, der, sagen wir mal, den Markt sehr gerne kontrollieren möchte, ja. Der sagt, wir haben jetzt hier eine Situation, alles schick, das läuft, das will ich haben. So, dann passiert es aber, dass das Gefühl der Kontrolle etwas ins Wanken gerät, weil der Markt plötzlich nicht mehr macht, was dieser Trader will. Dann kommt nämlich Unruhe ins Spiel, dann wird das ganze Ding deutlich unrund. Und dann kommt wieder eine Angst. Und zwar, er hat Angst, der nervöse Typ hat wirklich Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und das bringt ihn dann in die Situation, dass er was tun muss. Ich muss irgendwas machen, um die Situation in Kontrolle zu bringen. Das heißt, er sitzt ganz hippelig auf seinen Stuhl, hat den Finger an der Maus und denkt und überlegt und guckt auf jeden kleinen Tickzicker, den der Chat hier macht. Und sagt, ach, komm ich raus, nein, ja, nein, ja. Und irgendwann, irgendwann klickt er auf den Knopf, fühlt sich in dem ersten Moment erstmal gut, weil er die Lage wieder kontrolliert hat. Er hat gesagt, kontrolliert, das ist nicht gut, ich muss jetzt hier raus. Aber es ist einfach ungünstig. Die Nervosität bringt diesen Trader um seinen Erfolg. Das ist mal der nervöse Trader. Schauen wir uns den zweiten stellvertretenden Typus hier mal an. Das ist der Ausblender. Das ist auch total coole Typen. Habe ich schon so oft kennengelernt. Wenn man da mal hinter die Fassade blickt, sagt man als Ausstehender, wie kann man nur so realitätsfern sein? Aber das sind nette Typen, das sind nette Leute, das sind hochintelligente Leute. Die haben halt einfach nur, die ticken ein bisschen anders und die kommen auch durch diese Gefühlswelt in die Situation, dass sie bestimmte Sachen ausblenden. Was machen die? Die haben durch ihr Ausblenden, die haben, das kann man als Außenstehender so sagen, die haben einen kompletten Realitätsverlust teilweise. Das tut denjenigen weh, wenn man dem das so sagt. Aber wenn die das einmal verstanden haben, sie glauben nicht, wie viel Dank ich schon bekommen habe, wenn ich jemanden dahin gebracht habe, dass er das versteht und Maßnahmen ergreifen kann. Das ist Realitätsverlust. Das muss man wissen. Das nächste, was macht der Ausblender noch? Er verdrängt das Geschehen. Der Markt läuft gegen mich. Och, sehe ich nicht. In der großen Zeitebene sieht alles schick aus. In der kleinen, naja, die tun wir mal weg. Die große sieht schön aus. Der richtet das Ganze ein, dass er sich halt wohlfühlt. Das heißt, hier in dem Moment, was passiert im Trading? Er vernachlässigt sogar die Absicherung. Oder er kauft billiger nach. Er sagt sich, boah, okay, machen wir es jetzt ein bisschen billiger. Ist ja ganz toll. Damit ist die Welt wieder rund. Weil er hat ja eine Strategie. Er sagt, Mensch, der erste Trade, der lief nicht so gut. Machen wir den doch mal ein bisschen billiger. Wenn er dann wieder rumdreht, komme ich viel früher in Gewinn. Merken Sie, was da abläuft? Man redet sich die Situation auch schön. Und im Endeffekt hat er eigentlich am Anfang einen kurzfristigen Trade haben wollen, macht dann aber einen langfristigen draus. Kurzfristig long, alles schick. Durch den Trendbruch gab es aber einen Abwärtstrend. Er kauft billiger nach, kauft ihm den Abwärtstrend hinein nach. Ins fallende Messer. Sie wissen, egal was ist, der nervöse Anleger oder auch der Ausbänder. Wohin führt es? Beides führt im Depot zum finanziellen Desaster. Und wenn man das Ganze lang genug macht, ist das Depot einfach platt. Das wollen wir doch nicht. Wir können aber davon lernen, wenn wir das wissen, wie das geht. Und deswegen schauen wir einfach mal, wie sie es schaffen können, den Nagel sozusagen zu schlagen, um die Keule dran zu hängen und sich dann wirklich entspannt aufs Trading konzentrieren zu können. Wir schauen uns diese beiden Trader-Typen einfach mal an. Der nervöse Händler. Was zeichnet diesen nervösen Menschen? Das hat jetzt nicht nur was mit dem Händler zu tun. Es ist im Allgemeinen so. Das ist nicht nur im Börsenhandel so. Immer dann, wenn er in die Situationen kommt, wie sie im Börsenhandel sehr, sehr oft vorliegen, kommt genau dieses Geschehen auch wieder zum Tragen. Das heißt, der nervöse Händler, der braucht in der Regel, um entspannt zu sein, eine Bestätigung, seine Situation im Griff zu haben. Und immer dann, wenn diese Bestätigung fehlt, dann kommt in den Menschen das Unbehagen und der Zwang zum Handeln. Also, damals im Wald, sobald irgendwas da rauskommt aus dem Loch, gibt es eins auf die Keule. Sobald irgendwas im Wald raschelt, haut man einfach mal ab. Unwohlsein, Angst, irgendwas muss getan werden, um zu versuchen, die Situation wieder in den Griff zu bekommen. Das heißt, aus diesem Zwang zum Handeln, dieser Zwang wird dadurch geboren, dass der Drang, das Unbehagen zu beheben, immer größer wird. Und das Ganze soll kompensiert werden und das führt dann zu Aktivität. Und diese Aktivität, die führt dann halt zum Desaster im Trading. Das heißt, hier haben wir es halt, die Aktivität gaukelt Kontrolle der Lage vor. Man denkt, man hat es im Griff. Das ist mal so der Punkt und die Absichten, die der Trader hat, die schwanken halt immer hin und her. Und das im Trading führt dann dazu, dass eine Strategie sehr, sehr selten konsequent durchgehalten wird. Also, die Strategien, die gleich von Anfang an in seine Richtung laufen, die hält er gut durch. Warum? Weil er die ganze Zeit das Gefühl hat, die Kontrolle über den Trade zu haben. Aber in dem Moment, in dem diese Kontrolle weggeht, wird die Strategie über Bord geworfen und der Trader macht alles, nur nicht die Strategie einzuhalten. Das heißt, hier kommen wir davon definitiv nicht voran. Was auch ein Teil nervöser Trader ist, ist die sogenannte passive, äh, entschuldigen Sie, aktive Passivität. Passivität, so rum. Manchmal sind die Wörter schwer. Die aktive Passivität ist ebenfalls etwas, mit dem sich der Trader, der nervöse Trader betrügt. Was bedeutet aktive Passivität? Es bedeutet, ich bleibe einfach mal draußen. Weil der Markt korrigiert ja gerade. Ich will ja long gehen. Da mache ich nichts. Und dann, dann dreht der Markt rum. Punkt. Man ist nicht im Markt. Man hat keine Chance, einen Rebound mitzugehen. Und da kommen Sie auch nicht rein. Weil Risiko ist nicht da. Ist nur die Sicherheit da. Keine Angst da. Pam. Der Markt läuft los. Alles ist gewesen. Das können Sie nur machen, wenn Sie im Markt sind. Jeder Chance steht ein Risiko gegenüber. Und wenn Ihnen das Traden zu riskant ist an solchen Stellen, dann ist das etwas, was Sie nur ins Verderben bringt. Oder Sie verpassen den Lauf. Das sind mal so die Dinge. Was haben wir für den, für den nervösen an Lösung. Relativ. Na ja. Die Auffolge hier scheint relativ simpel zu sein. Aber es ist ein Prozess. Und dieser Prozess ist doch deutlich schwierig, weil es Menschen, uns Menschen, schon schwerfällt, sich mit den Schwächen auseinanderzusetzen. Aber es ist einfach wichtig. Dieser Vorgang, den wir hier jetzt sehen, der ist bei vielen Sachen wirklich der goldene Lösungsweg. Aber es ist eine Art der Lösung. Das heißt Nummer eins, stärken Sie das Empfinden für dieses Verhalten. Also immer dann, wenn Sie merken, jetzt gibt es Kontrollverlust und dann machen Sie die gleichen Muster. Wenn Sie das irgendwann merken. Und das merken Sie gut, wenn Sie ein Trading Tagebuch führen. Deswegen reden wir auf der Messe, auf der WUT auch mal ein bisschen über dieses Thema Trading Tagebuch. Wie Ihnen das helfen kann. Die Stärkung des Empfindens für dieses Verhalten. Immer dann, wenn Sie es merken. Dann muss bei Ihnen hier oben im Kopf eine Latane angehen. Nummer zwei ist dann, wenn Sie das merken, das Eingeständnis über die mangelnde Konsequenz. Also das heißt, in dem Moment, wo Sie es merken, gestehen Sie sich ein, dass Sie in den Trade eingreifen, obwohl das überhaupt nicht Ihrer Strategie passt. Und wenn Sie das einmal eingestanden haben, das ist so ähnlich, wie wenn Sie vor anderen Leuten mal eine Rede halten müssen und unheimlich nervös sind. Das normale menschliche Verhalten in so einer Situation ist, die Menschenmenge ist da. Sie stehen auf der Bühne. Sie sind der Mensch. Sie sind der Mann oder die Frau, die jetzt die Masse wuppen soll. Die soll das reißen. Sie stehen da oben und der normale Mensch denkt sich, ich darf auf keinen Fall zeigen, dass ich megamäßig aufgeregt bin. Weil das ist dann ganz schlecht, da stehe ich schwach da, das will ich nicht. Da wird versucht, das Ganze zu vermeiden. Es klappt aber nicht. Die Leute kriegen trotzdem mit, dass sie aufgeregt sind. Wenn Sie der Menge aber sagen, Leute, ist mein erster Vortrag vor so einer großen Menge. Ich bin megamäßig aufgeregt. Ja, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das in den Griff kriegen soll. Aber ich versuche trotzdem mein Bestes zu geben. Dann kriegen Sie richtig geile Reden hin. Geniale Vorträge. Das Publikum ist bei Ihnen. Ihnen nimmt niemand etwas übel. Weil die wissen ja, Sie haben ja die Katze aus dem Sack gelassen. Dann läuft es mit einmal. Und genau so ist es auch im Trading. Wenn Sie aufhören, sich selber was vorzumachen und sich das Ganze eingestehen. Das ist der erste Schritt. Und dann, dann können Sie die richtigen Schritte zur Verbesserung machen. Das heißt, Sie können genau beziffern, wenn Sie das einmal zugegeben haben, wo die Grundlage des Unwohlseins ist. Und wenn Sie das gemacht haben, dann, dann kriegen Sie die Lösung. Weil dann können Sie Maßnahmen ausarbeiten, die sozusagen dem Fakt umgehen, dass Sie etwas kontrollieren müssen. Dass Sie dieses Bedürfnis haben, jetzt an der Börse alles zu kontrollieren. Nein, Sie können etwas ausarbeiten, wie Sie entweder gar nicht in die Situation kommen. Oder wenn Sie doch dahin kommen, dass Sie eine Ersatzbefriedigung für dieses Kontrollbedürfnis finden. Ja? Gehen Sie Holzhacken. Keine Ahnung. Irgendwas machen, dass Sie das Gefühl zurückbekommen, Herr der Lage zu sein. Und dieses Gefühl, dieses Unwohlsein, Herr der Lage zu sein, hat nichts mit der Börse zu tun, sondern einfach nur mit dem Moment. Und wenn Sie den Moment wieder kontrollieren, und wenn es durchs Holzhacken ist, dann haben Sie Kontrolle über die Axt, über das Holz, über alles Mögliche. Dann ist wieder alles cool, alles Frieden. Und wenn Sie dann an den Rechner zurückgehen, werden Sie merken, alles ist anders. Ja? Der Chat sieht zwar noch genauso aus wie vorher, aber Sie sind viel cooler. Das ist der Plan entsprechend, den man hier durchgehen kann, um dieses Verhalten langfristig auch zu ändern. Das war der Nervöse. Jetzt gucken wir uns mal den anderen Typen an, den ich gerade hatte. Das ist der Ausblender. Den Ausblender hatten wir ja. Der Ausblender, das ist so ein Typ. Wenn es dem gut geht, der kennt seine eigene Wahrheit. Der kennt nur seine eigene Wahrheit. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen übertrieben, was ich hier an der Stelle sage, aber ich will mit dieser etwas Übertreibung einfach wirklich... Wie hat mal jemand zu mir gesagt? Ja, mach Salz auf die Wunde und drück richtig mit dem Finger rein. Der Ausblender, im Extremfall ist es wirklich so. Er kennt nur seine eigene Wahrheit. Im Extremfall verleugnet er das Geschehen am Markt komplett. Alles, was nicht zu seiner Überzeugung passt, existiert schlichtweg nicht. Wenn wir uns gerade einen Markt im Tagesschart angucken und der läuft komplett gegen ihn, dann wechselt er halt den Wochenchart. Weil der läuft gleich noch für ihn und zeigt nur eine Korrektur an. Das sind so Sachen, das ist typisch. Das ist typisch für dieses emotional verursachte Verhalten. Und das kann man aber ändern. Das heißt hier, der Ausblender, der nur die eigene Wahrheit kennt, sich den Markt auch schön redet, der sucht einfach permanent nach Alternativen, um sich unschöne Momente, die unschöne Realität sozusagen der eigenen Wunschwelt anzupassen. Um das mal in einfachen Worten auszudrücken. Das heißt hier, im Trading beispielsweise ein Stopp, der wird verschoben. Nur um nicht rauszufliegen. Um nach außen den Anschein zu wahren. Ich bin noch investiert. Die Leute reden über Gold. Ich habe ein Investment in Gold. Da ist man dabei. Das ist genial. Da steht man im Mittelpunkt. Die Leute, Mensch, der hat es drauf. Dass der aber Minus ist und die Position eigentlich zur Ursprungsidee überhaupt nicht mehr passt, spielt da keine Rolle mehr. Die Wahrheit wird verschoben, bis sie wieder passt. Das ist brutal. Das kostet einfach nur unheimlich viel Geld. Wie kann das Thema gelöst werden? Jetzt gibt es Parallelen zu dem, was wir gerade gesehen haben. Das Erste. Der Händler, der so agiert, der muss, der weiß das ja. Der sieht ja auf seinem Depotauszug. Das sind ja keine dummen Leute. Der sieht ja, was los ist. Er muss einfach in einem ruhigen Moment, wo er nicht in dieser emotionalen Schieflage ist, das versuchen, das Empfinden für dieses Verhalten zu stärken. Also mitbekommen, dass er so agiert. Und dann, wie vorhin auch in dem anderen Beispiel, sich das Ganze wirklich auch eingestehen. Das ist für diesen Menschen Typus meiner Erfahrung nach wirklich besonders schwer. Aber wenn es geschafft wird, nicht aber, wenn es geschafft wird, dann ist das ein Riesenschritt, den dieserjenige in seiner Trader-Karriere macht. Das heißt hier, er steht sich das Ganze ein. Und im nächsten Schritt ist es ganz wichtig, das genau zu bestimmen, was zum Realitätsverlust führt. Das heißt, was bringt ihn denn dazu, beispielsweise den Tagesschart dagegen zu ignorieren und in den Wochenchart zu schauen. Weil es einfach so schön ist und ich nicht damit leben kann, dass was gegen mich läuft oder wie auch immer. Keine Ahnung. Es hat ja eine Ursache, warum dieses Muster auftritt. Und wenn das da ist, dann, Nummer vier, genauso wie vorhin, gibt es die Möglichkeit, einen Plan zu erarbeiten mit Maßnahmen zur Stärkung des Realitätsbezuges und auch dessen Akzeptanz. Und wenn das geschafft ist und das immer wieder umgesetzt wird, das ist dann genau der Punkt, den wir brauchen, um hier entsprechend mit zu traden. Das heißt hier an dieser Stelle das Thema, die Keule an den Nagel hängen. Der Erfolg im Trading, der stellt sich dann ein, wenn wir als Händler unsere Emotionen weitgehend unter Kontrolle haben. Wir können die nicht ausschließen. Also wer mir das sagt, ich habe im Trading keine Emotionen und er wirklich aus Fleisch und Blut ist, dann glaube ich dem das nicht. Das geht nicht. Das ist in uns drin und diese Angst ist auch immer da. Ich spüre die auch ganz oft im Trading. Aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, diese Emotionen zu kontrollieren. Das ist einfach so. Und das müssen wir üben, üben, üben mit Disziplin, das immer wieder wiederholen. Und dann können wir diese Emotionen kontrollieren. Und diese Kontrolle dieser Emotionen, das kriegen wir mit passenden Strategien hin. Also beispielsweise das Thema Ersatzbefriedigung. Das ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig. Vielleicht mal ein Beispiel aus dem Trading raus. Ich weiß nicht, wer hier zuschaut und schon mal versucht hat, ein paar Kilo Speck von den Hüften zu bekommen. Wie ist es denn da? Die sind ja nicht einfach so angeflogen gekommen. Wir sind morgens aufgestanden und haben gesagt, oh, hallo, guten Morgen. Schön, dass da ein bisschen mehr auf der Rippe ist. Nein, wir haben das ja durch gustatorische Highlights uns erarbeitet, sozusagen, was wir da um uns rum tragen. Und wenn wir jetzt in die Phase kommen, wo wir einfach sagen, das ist ein bisschen viel. Die Hosen spannen. Das muss wieder weg. Das wird ja immer mehr. Wir haben aber trotzdem Hunger. So, ja, dann kommt halt mal eine Phase, da müssen wir den Hunger mit Sachen stillen, die vielleicht nicht so unsere oberste Priorität sind. Also morgens nicht das dicke Nutella-Brötchen oder mittags die Tafel Schokolade als Dessert, so ein paar kleine Stückchen. Da passiert doch nichts. Da heißt es dann, wir haben Hunger, wir haben Lust auf was, was uns dieses Bedürfnis befriedigt und da müssen wir halt uns Ersatz suchen. Und diejenigen, die das erfolgreich können, die das gut gemacht haben, die wissen halt, okay, jetzt haben wir mal eine Phase, da dürfen wir nicht so viel Süßkram essen, bla bla bla. Jeder weiß ja, wie es da hingekommen ist, sondern ich esse jetzt mal ein bisschen mehr Obst, ein bisschen mehr Gemüse. Und dann geht das plötzlich. Das heißt, da wird der Hunger mit anderen Sachen befriedigt und wir bleiben trotzdem am Leben, trotzdem glücklich. Und am Ende, nach dieser harten Phase, sind wir wieder ganz zufrieden, weil die Hüfte einfach ein bisschen kleiner geworden ist und wird der Partnerin oder dem Partner gleich sogar wieder deutlich besser gefallen und sogar Lob dafür bekommen. So ist es im Trading auch, wenn wir das in den Griff bekommen. Dann kommt der Erfolg und das ist richtig was Geiles, das kann ich echt sagen, wenn der wirklich kommt, wenn man merkt, es läuft, die schweren Phasen durch hat und dann das Trading zum Laufen kommt. Das ist einfach eine Bestätigung, die ist wirklich total genial. Das heißt, was wir hier brauchen ist, wir brauchen wirklich sehr, sehr viel Disziplin bei der Umsetzung dieser definierten Strategien, die wir uns da zurechtlernen. Und das führt dann zu Ruhe und Gelassenheit und die führt zum Fortschritt. Der Fortschritt führt zum Selbstvertrauen und das Selbstvertrauen lässt ihr Konto wachsen. Das einfach mal zu den Dingen, die wir hier im Trading auch jederzeit auf die Uhr bringen können. Und mit diesen Sachen, mit diesen Strategien, diesen, sage ich mal, paar Ideen, die ich Ihnen hier geben wollte, möchte ich gerne nochmal in einen Chart zurückgehen. Nämlich, ich hatte ja vorhin dieses Thema kurz angesprochen, mit dem Crash konnte man den kommen sehen, wusste man, wie tief der geht, weiß man, wann er zu Ende ist. Nein, nein, naja, okay, vielleicht, nein, nein. Nein, also, mein Herr hat ihn kommen sehen, aber man weiß nicht, wie tief er geht und wann er zu Ende ist. Das kann man vorher einfach nicht wissen. Aber, und das ist ja der Punkt, wir können unsere Ängste bedienen, und zwar, indem wir hingucken. Ich mache jetzt nochmal kurz den Chart auf vom S&P 500. S&P 500, hier US-amerikanischer Index, da mache ich mal kurz einen sauberen Chart auf. So, nice to see. Was haben wir hier? Tagesschart im S&P 500. Langfristig sieht doch echt geil aus, oder? Also, wenn man sich das mal anschaut, das ist doch ein richtig genialer Markt. Hier unten, 2012, kommen wir hier noch weiter zurück, ich muss mal kurz gucken. Ne, leider nicht. 2012 ist hier Ritze, aber völlig wurscht. Das sieht doch der Hammer aus, oder? Easy peasy, hoch, bisschen Korrektur, hoch, bisschen Korrektur. Das ist doch total genial. Was haben wir jetzt? Bisschen Korrektur. Frage, wer war von Anfang an dabei und hat von Anfang an die Position strategisch beibehalten? Auch nach solchen Schwartowns. Ich nicht. Leider, aber ich war es nicht. Aber, es kommen immer wieder Phasen, wo wir nach so einem starken Läufen nach oben sehen können, huhu, jetzt kürzt ein bisschen tricky hier. Das war eine Phase, 2014, 2015. Sind das, ich weiß noch, ich saß am Rechner und sagte, Mann, das zog sich hin. Das war so eine Top-Bildungsformation, ja. Das ging über Monate nicht richtig hoch, nicht richtig 100. Das war echt eine Phase, die war auch für mich unheimlich schwer. Ja, aber damals aus der Phase habe ich unheimlich viel gelernt, was das Einschätzen, was das Lesen vom Markt anging und was, was, was uns das zeigt, was wir hier machen können. Um zu sehen, dass es langsam eng wird. Hier hat man nichts gesehen, ne? Hier, hier hat man nichts gesehen. Im Wochen-Shot. Das läuft nach oben. Zack, Korrektur. Das war ein Schub von, was haben wir hier oben gehabt, über 2.900 Punkte runter auf 2.000, keine Ahnung, unter 500. Das war schon ordentlich, 400 Punkte im S&P 500. Das ist schon ein Stückchen was, ne? Wenn man mal sieht, die Punktewertigkeit, das aus dem Hochrechnen, das sah ja im Dow Jones genauso aus. Das ist schon tricky. Das Geniale aber an der Situation ist, dass wir, wenn wir die Charts richtig lesen, zumindest erst einmal die Umschwünge hier oben mitbekommen können und uns auf eine etwas unbequemere Situation vorbereiten können. Das ist ja das Erste. Die Angst vor Verlusten, wenn der Markt gut gelaufen ist oder weit gelaufen ist. Gucken wir mal in den Tageschart rein. Ich schiebe jetzt mal so, warten Sie mal, mal ein bisschen was hier rüber. Was wir jetzt nicht brauchen. Das wollte ich nicht. Hier. So. Also. Wir machen das mal bis hier. Diejenigen, die immer mal so zuschauen, die wissen ja, die Argumentation kennen die schon, die ich hier jetzt gleich bringen werde. Mann. Entschuldigung. Also. Ich will, dass der, jetzt will ich, jetzt ist wieder behagen da, die Situation ist unter Kontrolle. Also. Wir haben jetzt hier schön diesen wunderbaren Aufwärtstrend gehabt. Der lief sehr, sehr weit. Ich hatte das in meiner, in meiner, in meinem Herbstgeplauder ja auch erzählt, dass mir der Markt in den USA schon sehr, sehr gut gefällt. Aber, ähm, dass in, in den Sommermonaten hier in keinster Art und Weise irgendeine Korrektur stattgefunden haben und die Schere zwischen dem DAX beispielsweise und dem US-Markt immer weiter auseinander geht. Das ist eine unnormale Situation. Sowas baut sich in der Regel irgendwann wieder ab. Irgendwann. Wir wissen halt nicht wann, ne? Das ist so ähnlich wie mit Gaps. Gaps werden ja immer irgendwann geschlossen. Die Frage ist nur, hat man noch Geld auf dem Konto, wenn das Gap geschlossen ist? Egal. Sei es drum. Ähm. Jedenfalls haben wir hier die Situation gehabt. Wir hatten hier, wir hatten hier, gucken Sie mal, schön Trend nach oben. Ich mach die mal kurz grün. Ist ja ein Aufwärtstrend. Und, so, dann hatten wir hier, ich nehme mir jetzt einfach mal die Zeit, das in Ruhe mit Ihnen durchzusprechen. Dann hatten wir hier eine Korrektur. Auch alles wunderbar. Alles total schick. So, dann hatten wir hier wieder nach oben. Wir haben ein neues hochgeschrieben. Alles wunderbar gelaufen. Also, trendtechnisch sauber. Wunderbar. Aber immer noch das Gefühl im Hinterkopf, irgendwann muss doch mal was kommen. Aber der Markt, der muss ja nichts. Das müssen wir akzeptieren. Der Markt muss nichts. Und dann, dann, oh, holy moly. Dann kam was, wo ich sage, äh, nee, Elena, ganz bestimmt nicht. Keine Sorge. Die Elena schreibt gerade, Anspielung auf mich bezüglich der Gaps. Nee, 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 Elena, äh, äh, keine Sorge. So was mache ich nicht. Das kenne ich von so, so vielen Dingen, dass man eine Handelstrategie beschreibt, wo man sagt, Gap, wir sind jetzt, ja, mit dem Gap, geil, ich gehe jetzt mal in den Markt long rein. Wir haben so ein schönes Abwärtsgap. Das Gap, das muss geschlossen werden. Hm, nice. Dann wird es nämlich nicht geschlossen. Wenn das alle wollen, dass so ein Gap geschlossen wird, ja, was passiert, wenn alle das Gleiche wollen? Denken Sie mal nach. Das ist das Gegenteil. Ja, wenn, wenn, wenn sich alle am Markt eine Korrektur wünschen, dann haben alle Angst. Dann steht dann der Feed and Greed Index auf, baaah, im Angstbereich. Ganz, ganz, ganz links im roten Bereich. Was passiert dann? Die Kurse gehen durch die Decke. Ja. Alle sagen, es fällt. Und was macht der Markt? Er steigt. Gaps genauso. Wenn alle sagen, das Gap muss geschlossen werden. Wer soll das Gap denn schließen? Wenn keiner da ist, da versorgt. So sieht es aus. Weg von den Gaps. Zurück zum Markt. Hier. Hier gab es dann wieder eine Korrektur. Hm? Passt. Wunderbar. Läuft. Markt ging wieder hoch. Wunderbar. Läuft. Und dann. Huuuuh. Ein tieferes Tief. Guckt euch das an. Das erste tiefere Tief. Das muss jetzt noch nicht schlimm sein. Aber es ist ein tieferes Tief. Und danach. Äh, ein tieferes Hoch. Und danach. Hier. Das hier. Na, komm her Linie. Ich will dich. Zack. Hier. Ein wahnsinnig starkes erstes Achtungszeichen. Muss nicht so kommen. Habe ich aber gelernt. Hinzugucken. Wenn sowas passiert. Warum? Warum kann ich Ihnen sagen? Passt mal auf. Jetzt mache ich mal die Linie rot. Warum? Ganz klar. Wir haben jetzt hier erstmal schicken Abwärtstrand. Also. Wir haben Korrektur gehabt. Wir haben ein niedrigeres Hoch. Der Markt hat es hier oben nicht mehr drüber geschafft. Und dann. Kam. Hier. Das war das erste Achtungssignal. Hier sind für mich die Alarmlampen angegangen. Also. Das Ganze war das erste Zeichen. Ein Abwärtstrand. So. Dann haben wir schon mal jetzt die Situation gehabt, wo wir einen Abwärtstrand haben. Man kann auch sagen, gut, das Ganze gab es ja auch. Ja, natürlich. Man weiß nie, wie tief das Ganze geht. Aber. Das war das erste Achtungszeichen. Das Achtungszeichen hier an dieser Stelle. Heißt halt. Passe mal auf. Es könnte hier noch mehr geben. So. Dann haben wir hier unten diesen Bereich. Der ist wichtig. Das hier. Das ist ein Bereich, der ist dann sehr, sehr wichtig. Weil wenn wir hier drunter fällen, wird dieser Trend gebrochen. Danach ist dieser Trend hier, dieser Bewegungstrend. Das ist ja der Bewegungstrend dieser starken Wochenaufwärtsbewegung. Der ist dann gebrochen. Da sollte man dann schon mal dran denken, seine Position zu verkleinern. Einfach aus Risikosichtspunkten. Oder mit dem Hedging zu beginnen. Oder was auch immer. Spielt ja keine Rolle. Aber der Markt zeigt uns ja, wenn wir hier drunter gehen. Hier ist das Achtungszeichen. Erster Abwärtstrend. Hier ist das zweite Zeichen. Wenn er da drunter läuft, dann wird es richtig ungemütlich. Was ist dann gekommen? Sie sehen es ja selber. Der Markt hat genau das gemacht. Ich hatte keine Ahnung, ob der das macht, wann der das macht und wie er es macht. Nur die Erfahrung mahnt halt an solchen Sachen zur Vorsicht. Das ist also Thema Keule und Busch. Das Rascheln im Gebüsch. Es könnte irgendwo was liegen, was einen frisst und nicht mehr auf der Welt sein lässt. Das war der Schub nach unten. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Der Bruch des Ganzen ist echt ungünstig gewesen. Und als wir dann, das muss ich Ihnen jetzt mal in der größeren Zeiteinheit zeigen, Warten Sie mal. Ups, etwas weniger. Na, was mache ich denn hier? Was ist denn hier los? Hier hatten wir die Nackenlinie. So. Ach so. Ich weiß warum. Wir haben ja noch ein bisschen Historie hinten dran. Hier, gucken Sie mal. Aber dieser Bereich hier, der war ja auch ein sehr, sehr wichtiger Bereich, den wir hier hatten. Diese Marke hier. Das war mal so ein Ausbruchsbereich. Der war halt auch wichtig. Und das ist alles einfach nur rausgenommen worden. Ja. Und das hat der Markt weggenommen und uns dann in die Situation gebracht, so, dass der nach unten gelaufen ist. Und da gehen alle Lampen rot an. Und das muss man einfach wirklich wissen. So. Und jetzt haben wir hier unten diesen Bereich, wo der Markt ungefähr so ein bisschen seinen Boden gefunden hat und erst mal abgesprungen ist. So. Das heißt jetzt aber noch nicht, hier unten kommen ja dann die Ersten, die rein, die sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt wieder long in den Markt rein. Weil der Markt steigt ja wieder jetzt nach oben. Da kommt dann diese Unruhe rein, ja. Und das kann man hier unten sehen. Man muss halt einfach wissen, so ein starker Schub kann unter Umständen einen zweiten starken Schub nach sich ziehen, nach der Korrektur. Und das sind so die Sachen, wo man einfach sagen kann, da kann man vom Markt lesen, wann es wirklich gefährlich wird. Und hier unten können wir am Markt anfangen zu lesen, wenn er rumdreht. Das jetzt hier ist erst einmal nur eine Korrektur dieses Schubes. Das kann jetzt ohne weiteres hier runtergehen, ein zweites Bein bilden und nach oben zu gehen. Dann wird die Situation schon wieder viel, viel schöner, weil sich untergeordneten Aufwärtstrend bilden kann. Das ist dann das Gegenbild zu dem hier oben. Das ist dann entspannter. Und das sind dann die Zeichen, wo man sehen kann, jetzt könnte sich am Markt ein Boden bilden. Das Messer fällt jetzt nicht tiefer. Jetzt kann ich es gefahrlos, ohne mich zu schneiden, auch aufheben. Das sind mal so die Punkte, wo wir aus dem Markt lesen können, wie er uns auf dem Markt auf das Folgende vorbereitet. Und um jetzt hier cool zu bleiben, sollte man wirklich einfach strategisch überlegen, was mache ich, wann, wie, in welcher Situation. Schreibt euch das Ganze ruhig auf, auf dem Blatt Papier, dass die Handlungsanweisung dasteht. Und genau das wird dann gemacht und umgesetzt. Und das führt dann zu der emotionalen Ruhe und dazu, dass der Markt auch getradet werden kann, wie Sie ihn traden wollen. An dieser Stelle ganz lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, der psychologische Input war interessant für Sie. Sie können das ein oder andere für Trading auch mitnehmen. Und auch dieses Webinar steht dann natürlich im Download mit zum, ja, beziehungsweise im Archiv zum jederzeitigen Anschauen, was wir hier für Sie im Tickmill YouTube-Kanal so rum. Jetzt muss ich überlegen, es kommt ja nicht auf die Website, sondern in den YouTube-Kanal. Einfach mal bei Tickmill im YouTube-Kanal, da stelle ich es rein. Und dann können Sie sich das Video auch immer wieder.